Hey Leute und willkommen zu einem ganz kleinen Infovideo. Ich will euch wirklich nur sagen, dass ich es nicht geschafft habe heute ein Video hochzuladen und ja es lag einfach daran, dass ich heute um 2 Uhr aufgestanden bin, weil ich noch müde von Silvester war und ja es hat einfach nicht funktioniert. Dafür kommt, das war eine lange Folge, ich will gar nicht spoilern oder so, das Video kommt dann einfach morgen um 14 Uhr wie gewohnt. Jetzt bin ich wieder in dem Rhythmus drin, dass ich hier einen Tag ein Video bringen kann, weil ich habe jetzt für morgen ein Video, dann nehme ich morgen für übermorgen und so weiter. Jetzt passt das alles wieder. Auf jeden Fall hoffe ich, also ich wollte euch wenigstens sagen, dass heute keins mehr kommt und ja das rendere ich jetzt schnell, das andere leite ich jetzt gerade hoch, das dauert aber noch 315 Minuten oder so und dann wird das heute irgendwann um, ach was weiß ich, um 10, 11 Uhr rauskommen, darauf habe ich keinen Bock. Also sage ich einfach bis morgen Leute, haut da rein und ciao.